Einen wunderschönen, liebe Fatmans Group und willkommen zurück zu Little Nightmares. Es hätte heute eigentlich ein anderes Spiel kommen sollen, und zwar Hydronier. Ich habe auch eine Stunde Hydronier gezockt, bin richtig schön vorwärts gekommen. Danach will ich anfangen zu schneiden. Wo ist die Aufnahme? Sie ist weg. Es gibt keine Aufnahme. Ich könnte... Leute, wenn ihr wisst, wo die Aufnahme ist, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ne, keine Ahnung. Kast mich tierisch an, jetzt halt Little Nightmares. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für euch, wobei ich denke, dass ihr auf Little Nightmares auch Bock habt. Wie ich sehe, sind wir schon wieder nicht da, wo wir aufgehört haben. Warum auch immer. Anscheinend interessiert das Spiel Speicherpunkte nicht. Ich spiele jetzt mal dahin, wo wir waren, und dann legen wir los. Ich glaube, hier haben wir aufgehört, gell? Da unten bei diesem Koffer eben gerade. Ja, genau. Hier waren wir noch nicht. Kleine Schuhsammlung. Warum auch immer. Das ist wahrscheinlich... Das sind die Schuhe. Alter, gefressene... Boah, alter, alter. Alter, geh raus. Geh halt raus. Okay. Okay. Geh hoch. Geh doch hoch. Du kleiner Monko. Warum geht er denn nicht hoch? Okay. Okay. So. Rennen, renn, renn. Spring, spring, spring. Hoch da. Jawohl. Hoch. So, wo jetzt hin? Ja, bestimmt nach rechts. Boah, reicht das? Ja. Da komme ich doch niemals hoch. Da vorne ist noch ein Koffer. Okay, los. Ah, geht doch hoch. Boah. Alter. Easy. Behauptt kein Thema für mich. Der Hausmeister. Hab mir letztes Mal übrigens jemand gesagt, dass das der Hausmeister ist. Ich wusste es nämlich nicht. Ah, renn. Ist das überhaupt richtig, dass ich renne? Nein, da hätte ich was hochschmeißen können. Nein. Ah, nein. Scheiße. Nein. Gottes Himmels Willen. Erstmal ein Schlückchen Käfchen zippen. Alles so spannend. Okay, nochmal. Neuer Versuch. Da unten war so eine kleine Box, da muss ich bestimmt reinkriechen, nehme ich jetzt mal an. Und slide smooth, alter. Renn, kleiner Mann, renn doch. So, hier rein. Okay, das stimmt bestimmt. Glaube ich. Oh Gott, ich kann da nicht hingucken. Ja, ja, das rafft der nicht. Ah, Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja, der sieht mich nicht. Jawohl. Haha. Ja, ja, jag die, jag die. Die haben es nicht kapiert, die sind dumm. Wir haben alles richtig gemacht. Jetzt ist hier eine Dose. Ich könnte mit dem Aufzug irgendwo hinfahren. Kann ich nicht. Okay, wo sind wir hier? Wo geht's weiter? Okay. Die Kiste muss weg. Und dann... Boah, übelster Geheimgang. Was sind das für kleine Viecher? Da bin ich gespannt. Wenn man das überhaupt hier erfährt. Und spoilert mich nicht wieder. Ich wurde knallhart gespoilert in den... in den Kommentaren. Was? Wohin? Hier hoch oder so? Geht nicht. Geht auch nicht. Ach! Ich Idiot. Oh! Warte mal. Mann, ich hätte den Affen auch noch anmachen müssen. Ja, safe hätte ich den anderen Affen noch anmachen müssen. Ich brauche mehr Kaffee da rein, liegt es, Leute. Da, 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 da ist eine Affe! Oh Gott! So, jetzt schmeißen wir den einfach ein bisschen weiter weg. Hoch, 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 hoch! Oh Gott! Puh! Shit ist weg. So, durch da. Jawohl. Ha, spannende Geschichte, Leute. Alter, wie schnell ist denn der Typ? Okay, aber ich glaube, der ist jetzt erstmal wieder weg, oder? Ja, genau. Jetzt tun wir mal ein bisschen leiser. Ja, natürlich. Da ist niemand! Da ist! Ich habe dir gesagt, dass da keiner ist. Ah, der hat seine Probleme mit Geräuschen. Ach, immer wenn... Ah ja, okay. Okay, also immer wenn das klingelt, muss ich weiter. Boah, das klingelt aber nicht lang. Boah, ist das räudig spannend. Das hältst du ja. Kommt nur johls! Äh, natürlich, natürlich. Was hockst du dich denn auch auf seinen Schoß, Mann? Okay, versuchen wir es auf der anderen Seite. Das ist anscheinend... Bimmel... 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 Du brichst auseinander. Kann nur so ein Schuh sein, oder? Renn! Renn! Boah, dieses permanente Fliehenmüssen ist die Hölle, Alter. Die klingeln jetzt aber nicht. Mann, Alter, geh doch weg! Ja, genau. Oh Gott, das war auch wieder so laut. Seid doch nicht immer so laut, Junge! Okay, was nützt uns das? Gar nichts. Ähm... Geht's hier gut? Okay. Alter! Muss ich das runterschmeißen? Was meinst du, was das für ein Rambazamba gibt? Oh, wieder ein unnützes Speichersymbol, was da nichts bringt. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Boah, da brauche ich wieder irgendeine Kurbel. Oh Gott, ist das laut! Wo ist er denn? Hä? Da ist er! Okay, hier ist die Kurbel schon mal nicht. Boah, das ist eine Tortur, Leute! Das ist echt eine Tortur! Da ist... Ne, da ist keine Kurbel. Oh Mann! Ich bin da gar nicht! Ich bin... Ich bin... Nein! Hey! 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 Ich bin da nicht! Ich bin da nicht mehr. Ich bin da nicht mehr... Ich bin da nicht mehrgerMaß. In einer mathematicalen Subel overload. Da hinten, da hinten, da hinten Geh dahinter Oh mein Gott Und das alles mit der Kurbel wieder zurück Das ist doch ein Witz Boah, ich halte es nicht aus Das ist so spannend Ich habe so Angst, dass ich das alles mit dieser Kurbel zurück muss Okay, okay, okay Jetzt kommt er bestimmt hier wieder rein, oder? Oh Leute, ihr müsst mir echt mal 5 Sekunden geben Ohne dass der mich verfolgt Oder sonst irgendein Bullshit Okay, pass auf Ne, wir lassen die Kurbel hier liegen Gehen jetzt hier hoch Dann schmeißen wir das Teil hier weg Ne, wir machen den Fernseher an Kann ich den anmachen? Mach den Fernseher an Nehmen wir die Kurbel Jetzt kommt er gleich Oder auch nicht Da ist er Ich habe die Kurbel fallen lassen Ich habe die Kurbel fallen lassen Der Fernseher ist noch an Der Fernseher ist an Junge, mach doch den Fernseher aus Jetzt Renn Renn, Alter Oh mein Gott Der ist so langsam Oh mein Gott, ist das laut Boah Oh mein Gott, wir haben es geschafft Wir haben es geschafft, Leute War das spannend Der hältst ja im Kopf nicht aus Was? Du kriegst jetzt bitte mal 2 Sekunden lang nicht besorgt Wie das aussah Jetzt komm, geh doch da rum Jetzt muss ich den bestimmt noch weiter mitnehmen, oder? Boah Ne, muss ich nicht Doch, muss ich schauen, weil sonst komm ich ja an den Türgriff Jetzt, nimm doch den Karn und zieh den da rüber, Junge Mädchen Ist ja ein Mädchen, habe ich erfahren Waaaaaah Hupala Hast du gut gemacht Also Six Rein da Rein da Da war jetzt ein Speichersymbol Ich würde trotzdem gerne noch irgendwo eine Funzel anzünden Hier Und damit, meine Freunde Flippe ich aus, weil es so blöd ist, ein Licht anzumachen Bunderbärchen, vorbei ist die Folge Am Sonntag gibt es was Besonderes Und zwar reagiere ich auf TikTok-Cringe Vielleicht interessiert euch das ja Falls ja, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren Die Glocke aktivieren Wir sehen uns am Sonntag Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.